Willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Folge von Hitman. Ja, herzlich willkommen im Hotel Bangkok. Ich weiß gar nicht, wie das Hotel heißt. Ist das überhaupt ein Name? Egal. So, mein Plan war es ja, in dieser Folge auf die andere Seite zu kommen. Denn es wird nicht, bis wir die Lioness-Software aufbauen, wenn wir die... Da müssen wir wahrscheinlich raus und dann... Das ist wirklich ein Problem. Ich denke mal, das wird nicht allzu schwer sein. Hier als Hotelangestellter dürfen wir uns... ...frei bewegen. Das wäre jetzt fast wieder in die Hose gegangen. Ich muss ein bisschen mehr mit der Karte spielen. Ja, die Karte im Blick behalten, auf jeden Fall. Ken Morgan wieder? Any Messungen? Ähm... Nein, Mr. Morgan, äh, keine Messungen. Das geht nicht so gut. Wann kann ich mein Süße haben? Die Hausaufgabe ist nur noch die Schlussfolgerungen. Es wird nicht so lange jetzt, Sir. Okay, er kann also noch nicht in seine Suite. Vielleicht ist das... ...nachher für uns hilfreich. Mir ist doch letztens aufgefallen, wo ich eingecheckt bin, dass ich erst beim Schneiden... ... das mitgekriege. Ähm... ...dass uns hätte einer auch ins Zimmer gebracht. Ja, ich kümmere mich um das... Malheur. Oh, hier haben wir ein Objekt der Interesse. Schauen wir doch mal drüber. Nee, die Gelegenheit werde ich nicht verfolgen, wie gesagt. Ich möchte das komplett ohne Gelegenheiten spielen. Sonst wäre der Part auch relativ schnell zu Ende, weil man muss tatsächlich nur diese Punkte ablaufen. Hm, nee. So, aber die Information lesen wir jetzt an. Vielleicht kommen wir ja selber drauf. Zeitplan des Kammerjägers. Okay, der Kammerjäger will die... ...Kaiser-Suite heute im Laufe des Tages inspizieren. Ah, die Kaiser-Suite, das ist hier. Die Suite, nach der er gerade gefragt hat. Vielleicht sollten wir uns den Kammerjäger mal zur Brust nehmen. Fuck. Excuse me. Are you quite sure it is safe keeping these pesticides so close to the ventilation? Whoa, whoa. Relax, Chief. I got it covered, okay? Besides, even at very large doses, this compound, it's not lethal for humans. I mean, okay, yeah, sure, it knocked you out for a bit and, yeah, give you a headache, probably, but, uh, I mean, that's about it. Ich habe noch immer gedacht, dass die Verletzungen... Wow, das wird nicht passieren, Chief. Glauben Sie es oder nicht, ich habe das vorher schon gemacht. Ich habe noch ein weiteres rein, vielleicht mit dem Kammerjäger-Outfit. Ja gut, dann müssen wir jetzt auch noch diesen Sicherheitsraum finden, damit wir die Aufnahmen löschen können. Verdammt, warum würdest du arbeiten? Schon wieder von Überwachungskamera gefilmt? Da. Na gut, jetzt ist sowieso egal. Steht da drauf? Na Gott sei Dank darf ich mich ja aufhalten als Angestellte des Hotels, das wirkt sehr merkwürdig. Aber ich denke mal, so dicht kommen wir auch nicht an ihn ran. Sicherheitskarte. Haben wir nicht. Vielleicht finde ich noch eine universelle... Schon wieder eine Überwachungskamera. Wir müssen den Überwachungsraum finden. Nehme ich doch das als allererstes als Ziel auf. einen komischen Überwachungsraum zu finden. Echt mit zu viele Überwachungskameras. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der hier oben ist. Der müsste den wahrscheinlich irgendwo unten sein. der ist von mir mehr. Nein. Ich werde das sagen. Da kann man uns schon sehen. Ja, ähm ... Oh, da liegt ne Münze. Trink, ey. Ich bin sorry, das ist nicht für Hausstatt. Ja, ja, ja. Ist mir schon krass. Ist mir schon krass. Wofür dazu? Hier ist so eine Kiste. Eine neue Gelegenheit. Nein, nein, nein. Die Kiste sieht fantastisch, aber wir haben noch den Topper. Könntest du einen von den Kuchenstaben bekommen, um es hier zu bringen? Ja, es sind nur ein paar Nummern, oder? 27? Hm. Hm. Ach, Moment. Mir fällt das gerade ein. Ich hoffe, mich beobachtet jetzt gleich keiner dabei. Tortenaufsatzplan. Er wird ja heute 27, der Rockstar. Ja. Deswegen, ausführen diese Aktion bringt in Sicht, äh, bringt sie in Schwierigkeiten, wenn sie dabei erwischt werden. Es guckt keiner, ne? Doch jetzt. Was ist mit dem? Ach, weil die darauf wollten, haben die die Scheibe zerschlagen. Das ist jetzt der, nicht deren Hans, Alter. Die sind ja... Gut, okay. Rockstars halt, ne? Nee, kann nicht raus, ne? Überwinden, ja. Information ansehen. Gesprungenes Glaselement. Okay. Das ist vielleicht auch ein netter Hinweis. Du bist ein Mann, Lolli. Vielleicht, wenn ich mich als Küchentypi verkleide, dann könnte ich den Kuchen vergiften und dann... Das wird auch nie gegeben. Alter, die sind hier... Entschuldigung, ich muss es ja mal durch. Alter Schwierigkeiten, lassen sich es hier echt gut gehen. Ich glaube, ich habe die Ausflüge verkleidet. Ich glaube, ich komme aus dem Kuchen. Die Angelegenheit, Neil. Der Kuchen, die Dexie Barrett sagt, dass du dich um die Rezeption zu verbreiten, drei Stunden hirve. Oh, genau. Nein, ich bin nur komatose heute. Nein, nein, ich bin gut, danke. Ich werde mich in ein Moment schlafen. Ja, also du sagst. Was bist du? Dexie Barrett ist Jordan's Manager. Er ist nicht der Buss von uns. Wer ist denn O4? Sie sagte nicht. Aber er bleibt in der Queen, also... Ich denke, er ist jemanden wichtig. All die mehr Grund für seine Lieder. Ich werde. In. A. Minute. Ah. Ein Brief soll er ihn überbringen? Hey Boss. Hey. Ich wünsche, sie war mein Manager. Er nimmt sie. Jordan Cross Geburtstag. Jordan Cross wird heute 27. Das wissen wir ja. Und sein Manager hat eine kleine Überraschungsparty für ihn arrangiert. Küche hat schon eine... ...vegane Geburtstagstorte gebacken. Alle wieder schwingen. Nein. Dexie Barrett hat keine Zeit auf Erinnerungen. Also hier möchte ich absolut nicht sauber machen. Es ist ein Angestellter im Moment, aber... Ich soll hier nur die Bar auffüllen, habe ich gehört. Ah, hier. Die ICA. Ne, sind die ICA nicht meine, meine Auftraggeber? Oder war das diese komische Veranstaltung? Die ICA nicht. Ah, hier könnte ich einen Stock weg nach oben. Clumsy Shit. Schnauze. Mach ich dich gleich zu clumsy Shit. Vielleicht sollte ich das auch. Versuchen wir es einfach mal. Wir schubsen nicht. Kalt machen. So. Ob das auffällt, wenn der bewusstlos ist, anstatt hier zu pennen, ich weiß es nicht. Aber ich mache es nur so, wie ich es in meinem Zimmer auch gemacht habe. Einfach hinter das Bett. Füße natürlich auch. So. Ich hoffe, hier kommt keiner rein. Aber ich klettere jetzt einfach nach oben. Kann natürlich gefährlich sein. Aber egal. Ich denke mal als Mitglied hier als... Naja, das ist ja hier... Von dem Boss, die Angestellten. Denke ich mal, dass ich doch da hochkomme. So, wir sind drin. Ja, ja, ich darf mich aufhalten. Ich muss halt aufpassen, dass mich keiner von den Festangestellten hier sieht. Besser gesagt, von den Angestellten, die mich enttarnen können. Herr? Ist da? Hier steht er dann drin und nimmt auf, ja? Wir werden jetzt erstmal suchen. Wie geht's? Ah, ist okay. Hier kann ich sogar untertauchen. Alle Kabel sind da. Perfekt. Oh Scheiße, ich hätte so gut sie. So, wer ist hier oben? Ja? Ich gehe einfach in die Arbeitseite. Ich finde den Mann, der Mann. Das ist Jordan Cross. Reveert und bewildert in gleicher Maßnahmen. Hm. Hm. Jordan Cross. Unbefugtes Betreten. Darf ich hier nicht rein? Warum nicht? Darf ich hier rein? Ich muss bloß aufpassen, dass Mr. Cross mich nicht sieht. Ich denke mal, das klappt. Keiner sieht mich. Voila. Das finde ich auch ein bisschen doof, dass man das nicht abbrechen kann. Das ist noch sehr ärgerlich. Bei dem wessen Zimmer ist das hier? Datenträger fehlt. Ich denke mal, hier wohnt der Rockstar himself. Persönlich. Wie das hier aussieht, ey. Tränke-Dose. Wir haben noch einige Tränke-Dose. Hier könnten wir uns auf Mr. Cross warten. Das ist ja perfekt. Würde ich jetzt sagen, dann warten wir einfach hier auf ihn. Ich wollte ja eigentlich erst den Kuchen vergiften, aber wenn ich denn schon in seinem Zimmer bin und er dann wahrscheinlich früher oder später hierher kommt. Ah, okay. Hier geht's in sein Zimmer. AK. Deswegen auch unbefugtes Betreten. Ah, okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Das ist nicht gut. Mach bloß zu die Tür. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob Mr. Cross nicht alle... Oh, das ist unter mir. Ich wollte gerade sagen. Puh. Diese Karte, ne. Ich werde wahrscheinlich in dem ganzen Let's Play mit dieser Karte nicht ein Freund. Ich weiß es nicht. Da können wir uns natürlich auch in den Schrank verstecken. Ob ich mich auch als sein komischer Assistent hier als dieser... Ne, ist ja nicht sein Assistent als... Na, sag schnell. Ist ja der Anwalt. Der Anwalt war's. Ob der Anwalt mich hier hinsetzen kann. So, Mr. Cross ist auf dieser Etage. Hat er nicht gehört? Shit. Perfekt. Kommt er oder kommt er nicht? Na komm schon. Komm, bitte komm. Das wäre perfekt. Wer kommt? Das war sehr knapp. So, jetzt... Erledigt. Perfekt. Target down. Next up... Ken Morgan. Na klar. Target down. Perfekt. Schusswaffenkill. Kerbschuss. Und niemand hat's gesehen. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Die Überwachungskameras sind noch Zeuge, dass ich an dem Tatort war. Unbemerkter Kill. Gibt so viele Punkte. So. Wollte ich mal gucken. Wo renne ich denn nochmal? Weil irgendwie Mr. 47 nicht rennen. Achso. Wir sollten auch die richtige Klappe drücken. Was ist heute los mit mir? Okay, das ist ja alles. Wir gehen jetzt einfach straight runter. Ja, macht mal schön weiter Musik. Wir werden ja machen bis zum Umfallen. Welcher Camp befest du? Erkrankung oder Geschmier? Das ist ja auch egal. Ich dachte, man kann jetzt da so von den Security-Leuten ein bisschen das Gespräch mitkriegen, dass Cross die doch umgebracht hat. Das ist ja noch... eigentlich ist es ja unklar. Ich würde sagen, da wo wir hoch sind, gehen wir wieder runter. Wenn keiner aufpasst und mitguckt. Das ist ja immer noch so mit Vorsicht zu walten. Da entdeckt zu werden ist natürlich sehr doof. Und das darf man nicht. Das ist Feldaufnen. Wenn dann die Security... dann haben wir... nicht gut. So, ähm, nicht genickt brechen. Hotelmitarbeiter. So, dann brauchen wir den Kuchen auch nicht vergiften. Müssen wir uns nur noch um den Anwalt kümmern. Die Frage ist nur... wie? Da gab's doch noch was mit nem... Kammerjäger. Ja, sorry, kein Stab hier. Jawohl. Ja, 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 ich bleibe. Komm. Gut, 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 gut. Noch ein Stockwerk tiefer. Dann kommen wir zum Kammerjäger. Mal gucken, ob ich den Kammerjäger da draußen irgendwie krieg. Aber ich komm dann wahrscheinlich auch gar nicht hier rein. Egal, ob ich Kammerjäger bin oder nicht. Das sieht nämlich nicht danach aus, als wenn wir noch einen daumen. So, wen haben wir hier alles drinnen? Niemand Interessantes. Wir können's ja auch ganz anders machen. Ich hab ne Idee. Ich werde jetzt in die Küche gehen. Meine Kochverkleidung holen und das Essen dann verfeinern. Das ist nicht gut. Das mach ich nicht. Das ist mir zu riskant. Darf ich hier hin? Ja, darf ich... Ich darf! Na gut. Brauch ich nur noch ne... Ein Koch, der gerade nicht... arbeitet. Beziehungsweise der alleine ist. Dann lass mal so. Okay, die sind zu zweit. Aber wir haben hier schöne Getränkedosen. Machen wir jetzt mal hier Tür zu und schauen uns um. Vielleicht finden wir auch ne Koch... Kleidung, die gerade nicht getragen wird. Dann hätten wir ja natürlich... Zu die Tür. Okay, die geht. Ey, die Karte ist so groß und es gibt so viele... So viele Wege, ey. So viele Wege, ey. Ach du Scheiße. Kellergeist. Überwachungskamera. Den Raum muss ich auch noch finden. Bevor verlasse ich die Karte auch nicht. So, dann hole ich mir einfach hier aus der Küche einen Koch. Muss klappen. Obwohl das kann natürlich wieder gefährlich sein, da sind... Lockte. Und ich weiß auch nicht, wo ich den hinpacke. Kann den hier nicht einfach liegen lassen. Wäre nicht gut. Gibt ja auch keine Möglichkeit, die irgendwie... Okay, ich habe nichts gesagt. Wir locken einfach einen raus. Woah. Ist jemand da? Das war nicht so gut. Das wollte ich nicht. Shit. Das war nicht so gut. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Noch kommt er nicht zurück. Jetzt kommt er natürlich zurück. Ich habe vergessen, die Dose wegzustecken. Das Ganze machen wir nochmal. What? Der müsste sich auch doof vorkommen, ey. Ein Geräusch nach dem anderen. Da geht denn. Da ist nichts so. Können wir uns in Ruhe verkleiden, denke ich mal. Die Naschkatze. Perfekt. Ach, hier... Hier ist auch eine. Eine Gefrierungskamera. Eine Gefrier-Truhe in der Gefrierkammer. Das erklärt einiges. Der Doppel-Freeze-Effekt. Das muss ich natürlich auch passen. Natürlich darf der mich nicht sehen, wie ich das Essen verfeinert. Ja. Man, man, man. Das wird echt gefährlich hier. So, und dann ist die Frage, von was nascht der nochmal? Das Gift habe ich noch, ne? Bloß jetzt nicht die Waffe ziehen, das wäre sehr doof. Vor allen Dingen, weil der da steht und schießt eine Waffe. Selbstverteidigung. Jetzt üben wir uns einfach nochmal in Geduld und passen jetzt mal genau auf. Was ist in diesem? Superb! Er hat diesmal nichts genascht. Oh, wisst ihr was? Ich wird... Oh, der... Der kann mich auch enthaben. Ich muss auch bitte aufpassen. Ich bin jetzt fast an dem vorbei gewandt. Oh, Chef? Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt haben sie diese richte, wunderschöne Welt. Das ist definitiv... Ken Morgan. Check nochmal für Messungen, bitte. Mal sehen. Uh... Soll ich es wagen? Komm, ich wage es jetzt einfach. Ich habe versucht, alles anders zu machen. Irgendwas davon vergiften. Oh, okay. Wenn es nicht klappt, muss ich mir etwas anderes überlegen. So, jetzt hole ich mir meine andere Verkleidung wieder. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. War das knapp, ey? Können wir schon fast auf die Finger beißen, ey. Das war... Reaktion. Geschwindigkeit. Silence. So, ich hoffe mal, er isst von dem Gericht, was ich schön verfeinert habe. Oder er isst von allem, kann er sein. Dann ist mir das egal, wenn der umkippt. Das ist ja gänzlich nicht zu verhindern, dass man den dann sieht. Das ist halt ein Giftkill. Aber ich denke mal, das zählt als unbemerkter Kill. Ich nehme mich jetzt einfach mal so an. Oh, der kann mich enttarnen. Interessant. Wenn ich mich jetzt umziehe, ich weiß es nicht. Ich wage es... Argen... Nee. Oder? Guckst du in die Regale? Komm. Hat funktioniert. Ich werde jetzt noch mal unten in den Keller gehen und mir mal so eine... so eine Sergeant-Uniform-Sache jetzt mal besorgen. Da unten läuft der so ein Wach... Piepel rum. Den kralle ich mir jetzt. Da. Da läuft er. Der sieht auch ein bisschen wichtiger aus als seine Kollegen mit dem komischen Stachelhelm. Ich darf da nicht vorbei. Ich muss mich also noch in Geduld üben. Und dann packe ich ihn halt hier in die Küste. Und dann suche ich den... Überwachungsraum. Und dann denke ich mal, wird unser Kill... in Form eines Gift-Kills über die Bühne laufen. Und dann... haben wir... das, was wir wollen. Wir werfen natürlich eine Münze. Keiner kann dem Geld widerstehen. Ne, den will ich nicht. Ne, den will ich nicht. Warten wir. Warten wir. Hm, 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 hm. Wer schnackt denn hier? Wo hört man das denn? Halt hier so durch die Gegend? Irgendwann. Oh, du wirst wieder krank. Wann kommt denn der wieder? Hier. Es ist nur zu viel Zeit. Aber wir hätten auch durch den Keller in das Hotel reinkommen können. Mal gucken. Mal gucken. Dass er überhaupt hinführt. Das ist auch so ein Typ. Aber ne, ich will diesen anderen, der hier Patrouille läuft. Und hier ist auch ein Kartensicherheitsgerät, aber das ist... ausgeschaltet. Die Aktivität. Da, 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 da ist er. Perfekt. Genau den Mann, den ich suche. Der sieht auch ein bisschen wichtiger aus. Hat er mitgekriegt. Perfekt. Dann werfen wir. Ich hab nicht mehr so viel zu kaufen. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Wir gehen in, um ein näher zu sehen. Wir Britann siendo zum Zufall uneuerhaft zu lernen. Ich habe eine Sprache, in ihrこの Fragen, gew currentet串. Sie legen. Hartt, euch nur dafür. Los für's! Wer вн coment informativeHEN? Oh, was weiler. Ach, verdammt! Jaciaisus Christ! Geist! Sicherheit! Also habt ihr nichts damit zu tun, Miss? Jesus! Hotel Security! Okay, der darf mich natürlich wieder nicht sehen, ist natürlich klar. Er wird locker und leicht übergangen. Hier, ein bisschen Wurfobjekte wieder mitnehmen. Ich suche jetzt erstmal den Überwachungsraum. Oh, wow! Das wäre der schweige Geräusche. Wer kann den Weg? Verkaufst du das? Ich würde sagen, wir können noch im Sicherungskasten was machen, aber nö. Vielleicht ist der Überwachungsraum ja auch in dieser Etage. Wir können ja mal die Karte abchecken. Hier sind so viele Anzüge hier. Küchenpersonal, Freizeitanzug, Aufnahme-Crew. Wie groß allein schon ein Karte? Ich hoffe, es war nicht schrecklich. Beide sind tot. Perfekt, er hat die Giftfalle also doch geschluckt. Ja, ich könnte jetzt verschwinden und dann hätten wir es. Weil eigentlich, na gut, das ist sowieso keine gute Punktzahl, die wir erreichen werden, weil wir sind ja aufgeflogen. Mehr oder weniger. Ach, wisst ihr was, Freunde? Ist halt so, ich nehme es jetzt einfach so hin. Ist halt ein Fail. Was heißt ein Fail? Wir haben es geschafft, aber nicht so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Wir verlassen die Mission. Wir verlassen die Mission. Der Juni war jemanden und nicht so, als es so gut war, nicht so, wie ich eigentlich bin. Sie war ist in der Evene bei dem Blumen. Kras war schadenlich gezwungen Laufmann. Anwalt, der auch Dürfenierkirkt, habe ich heute eine Mission. Die Zwiebelung war, der Jürgen Kras, der Jürgen Kras, in der Jürgen Krasse, Als sie informiert haben, Irgendwer verführt, hat uns, was geboten von den Kindern an ид Bowen, die Anwaltinend wurden in den Wormen geflogen wurden. Und bei einer Anwaltinend wurden. Anwaltinend wurden anwaltt von den Chargen, die zwei G Coronavirus zu verabiliere, Anwaltinend wurden verabilitte vom Arbeiname – Das war kein Wissen. Nicht von einem langen Schuss. Thomas Cross hatte jährlich in den Aufschore-Akonten. All verletzt in den Stunden des Kidnappings. Jemand hat die Sonne tot, um den Vater zu holen. Jemand smart genug, um in den Schatten zu bleiben. Wir haben das Wettbewerb gemacht, und die Highmores genommen haben, die checken. Ein Schädel-Klient. Wenn jemand rich wurde, der Kontrakte war einfach. Das war das Problem. Ich weiß, dass du keine Politik, 47. Aber ICA ist neutral, als es ist. Wir können uns selbst manipulieren. Besonders... Es ist schon passiert. Italien, Morocco, Paris. All unsere Klienten haben ihre Intelligenz die gleiche Art. Anonymous Tipps, von einer hidden source. Each Contract, perfekt legit. Yet, Teil des Grandes Designs. Ich verstehe das Problem. Niemand macht es. Wir haben uns geholfen, die Schädel-Klienten zu schützen. Und unsere Analysten sind in die wir sprechen. Ich weiß, das Toe. Wer ist ein Spiel, 47. Die Frage ist, wer ist der Kaine's Toe? ? 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 Ja, Mission erfolgreich. Puh, auch die Story ist noch sehr verstrickt. Man weiß also nicht, in welche Richtung die sich entwickeln wird. Ich bin echt gespannt, wie es dann so weitergehen wird. Ah, jetzt haben wir natürlich viele, viele Freischaltungen, wo wir starten können. Zwei von fünf Hitman-Symbolen. Das ist jetzt nicht so gut. Einsatzziele abgeschlossen, haben wir immer unbemerkt, waren wir nicht, alle Kills unbemerkt. Das finde ich gut, dass auch der Giftkill als unbemerkter Kill zählt. Man findet halt den Körper. Ich weiß halt nicht, ob das denn eine Rolle spielt, wenn die den Körper finden. Man hat einen Giftkill, man hat einen unbemerkten Kill, aber dann kriegt man diese keine körpergefundenen Punkte. Keine Aufnahmen, wir sind halt aufgenommen worden. Und Strafkills für Nicht-Zielkill haben wir nicht gemacht. Zeitbonus. Haben wir echt 54 Minuten gebraucht? Oder wie soll ich das? Ist auch egal. Auf jeden Fall, Freunde, bedanke ich mich natürlich, dass ihr den Part zugeschaut habt. In zwei Parts haben wir eine Mission gemacht. Ich denke mal, das ist schneller als sonst, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei gewesen seid. Und heiße euch auch natürlich wieder herzlich willkommen, wenn es wieder heißt. Let's play Hitman im nächsten Part. Ich weiß gar nicht, was unser nächstes Ziel ist. Das würdet ihr dann ja wahrscheinlich im nächsten Part sehen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr wieder reichlich dabei seid. Deswegen würde ich sagen, bis hierhin, danke fürs Einschalten. Danke für Feedback. Danke für eure Zeit. Und wir sehen uns dann, wie gehabt, beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.